Hallo Leute, willkommen zurück und jetzt endlich lüften wir das Geheimnis der Mine mit unserem zweiten Schlüssel, womit wir jetzt endlich dieses Gitter aufsperren können und weiter können. Oh nein, zur Kasse. Hier geht's weiter. Ja, hoffen wir. Ja, dieser Schlüssel schaut irgendwie aus wie ein Schwert. Und dieser Schlüssel schaut aus wie dieser Master K von den Zelda Spielen, zumindest von Majora's Mask. Oh, ich hab noch der Rest der Gefangenen, die auch immer dumm chillen können. Ja, er lernt uns jetzt ein Lied, womit wir unseren Freund Lanza das Gedächtnis zurückbringen können. Ähm, und in Ostrosch, dafür kriegt er diesen Schlüssel, den will unbedingt, keine Ahnung warum. Und wir geben ihm auch noch ein Lied der Lüfte als der Wind. Dingsbums. Das brauchen wir eh nicht mehr. Und damit geben wir jetzt noch endlich raus zu dieser Mine. Denn das ist ja nur so ein kleiner Dungeon. Klein in Anführungszeichen. Damit meine ich ohne Endboss, ohne mystische Statue oder so. Aber ja, jetzt müssen wir nur noch zurück. Ja, und wieder mal haben wir den Dungeon zu 100% gemacht. Also alle Power Ups holt. Also bis jetzt sind wir von den Power Ups her zu 100%. Das ist schon mal sehr gut. Aber es ist nicht, dass es so bleiben wird. Denn... Angst von den komischen ägyptischen Dungeon kann ich mich noch erinnern. Der war ziemlich hart. Also, ja. Ähm... Ja, wie ging es hier raus eigentlich? Ähm... Rückwärts denken. Oder wie würde Tattheos sagen? Rekonstruiere deinen Tagesablauf. Ja, das schaffe ich natürlich auf Deutsch zu reden. Aber egal. Ähm... Ja... Jetzt... Da geht es wohin. Geht es hier zurück oder weiter? Eigentlich weiter, oder? Oder auch nicht? Aber zurück gibt es keinen anderen Weg. Also geht es hier theoretisch. Zurück... Ich bin verbirgt. Wird, wieder mal, und noch lange nicht das letzte mal. Warte mal kurz, ich glaube nämlich eher, dass wir da nach oben müssen, mit dieser Schanze. Irgendwie sagt man, dass mein Gefühl, mein Gefühl ist scheiße. Ja, danke Gefühl. Oh man. Kann sein. Ja, es ist wirklich so, wir gehen direkt in die falsche Richtung. Oh mein Gott. Scheiße. Und wieder kann ich sagen, was bin ich denn für ein Arschloch, oh mein Gott. Ach. Obwohl die ganze Zeit in die falsche Richtung, aber mir ist uns nichts aufgefallen. Hey Mann, wo geht's hier raus? Ja, ich glaube ziemlich weit unten, glaube ich mal. Also vergiss es, was ich bis jetzt gegangen bin. Ich gehe jetzt einfach so weit nach unten, wie es nur geht. Links unten. War ja so ziemlich der Anfang. Wenn das mir in allerersten ging, da weiß ich noch. Also werden wir auf der Zinkur. Und wieder was auf der Zinkur. Oh Mann! Oh Mann! O eh. Oh Mann! Wo ist das? Oh Mann! Ah. Oh Mann! Ich bin der jetzt raus. Oh Mann! Aha, wisst ihr was mir auffällt, das Hoss ist weg, das ist oben links, wofür das wohl gut ist, keine Ahnung. Ich schwärs, der Architekt Jack hat geschlagen, wie unnötig die ganzen Zäune hier aufzufahren, was soll das bringen? Ja, also hier ist die Mine, wir sind schon ziemlich nah hoch. Ja, also hier ist die Mine, wir sind schon ziemlich nah hoch.